Freunde, ganz ehrlich, es ist immer richtig schwer zu sagen, yo, wer ist eigentlich die beste Legende? Es kommt natürlich super auf euren Spielstern, aber eins muss man sagen, wenn man sich einfach anguckt, welcher Champion am meisten, nee, welche Legende am meisten gespielt wird, dann ist es einfach Rave. Und selber, ich habe ungefähr 4.000, 5.000 Kills mit Rave, ich habe ja noch ein paar andere Accounts, ich habe noch einige andere Accounts, aber das ist ein ganz anderes Thema. Dann kann man sagen, ich glaube, ich perform schon relativ gut mit Rave und dafür habe ich wirklich einfach ein Gefühl, wann du mit Rave und wie du mit Rave was bestimmt machen kannst. Von da, Leute, ich habe euch ein paar richtig, also ich meine ein paar richtig geile Gameplays reingedroppt von einem richtig schönen Rave-Main. Ey, würde mich mega freuen, wenn ihr abonnieren würdet, es ist völlig kostenlos, ihr unterstützt mich. Von daher, viel Spaß beim Video. Ah, Digger, ich habe keine Nummer. Ich bin tot. Hier ist auch noch ein Dude. Ja, fast tot. Warum habe ich kein Ding? Ach, hier ist einer los. Wer kommt gerade hoch? Ja, Leute, guckt mal, wie ich alles verfehlen kann. Wir müssen auffassen, dass jetzt nicht einer von innen kommt, Bro. Er hat jetzt hier einen Bogenstein gegen geschmissen. Kommt hier rein. Knocked. Hinter dir, hinter dir. Knocked. Schönes Ding. Okay. Puh. Oh, das war der Champion. Links. Zwei Leute. Oh, das sind auch ziemliche Tryhards, glaube ich. Naja, das sind ziemliche Tryhards. Oh, ich bin gar nicht voll, Digger. Einer bin knocked. Hat nichts mehr, hat nichts mehr. Ja, hab ihn. Schön gemacht, Digger. Richtig schön. Oh mein Gott. Oh, das waren solche kranken Tryhards. Ja, hier unten, hier unten. Close. Ich habe nichts getroffen. Ich habe keine Zeit drauf. Oh, die Dürk geht nach oben. Einer knocked. Ah, ich weiß was. Der hat nichts mehr, der hat wirklich weh. Dankeschön, Digger. Oh mein Gott. Guck dir bitte mein Leben an. Guck dir einfach mein Leben an. Alter. Ist der Turbolader der geboostert? Aufpassen, aufpassen, weg, 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 weg. Gegner. 150, 160 bekommen. So einfach pusht ihr uns nicht. Komm zurück, komm, zurück, komm, zurück. Einfach rauslaufen. Einfach rauslaufen. Ich muss mich hier, ich muss mich hier. Ich habe mal zwei schwarze Löcher abbekommen. Ich glaube es nicht, Alter. Naja, die pusht uns nicht, die pusht uns nicht. Geh in Deckung, geh in Deckung. Einer knocked, einer knocked. Stark gemacht, Digger. Stark gemacht. Heil dich, heil dich, heil dich. Kann ich nicht. Er ist hier runtergejumpt. Hab es gesehen, hab es gesehen. Oh, der hat ja nichts mehr. Ne, ne. Die haben schon nichts mit dir, oder so. Keine Ahnung. Ist der weiter? Ist oben drauf, ist oben drauf. Hier. Da. Naja, hab es gerade gesehen. Ich kann nicht schießen, Digger. Jetzt. Komm mal raus, komm mal raus, komm mal. Lass mal rausgehen, lass mal rausgehen. Lass mal rausgehen. Hier raus, hier raus, hier raus. Einer cracked von denen. Ah, die Valkyries cracked. Da sind die hergehend. Die werden befightet. Ich bin durch da, ich bin durch da. Scheiße. Ah, ich hab ihr gut gegeben. Aber, ja, die hat die Shotgun. Schönes Ding. Ja, die kommen hier, die kommen hier. Wo denn, wo denn, wo denn? Ist der Hatsch? Ich hab keine Zeit, ich hab keine Zeit. Geh weg, geh weg. Sie schmeißt wieder ein schwarzes Loch. Crack, crack, crack. Knock, 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 knock. Ach, scheiße, du bist tot. Ja, ja. Komm her, komm her, kurz her, kurz her. Weil ich wollte peaken für dich. Ich hab ein Golden, ich hab ein Golden. Du bist Hälfte, Hälfte. Komm hinter mir, komm hinter mir. Komm oben. Wo springt der hin, wo springt der hin? Er springt weg. Noi. Ja, war zu knapp. Achso. Haben wir gar nicht so lange zu. Ja, sie ist halt wieder, sie ist halt wieder abgekommen. Sie hat ein Golden, ich könnte so kotzen gerade. Ja, wie sie da hocken, sie ist auf meinem Sinne. Ja, sie muss meine Schilder aufladen. Oh mein Gott. Wuhuuu, das wird ja noch. Hi dude. Ich bin einfach voll langsamt. Das ist mies. Das ist so mies, Alter. Okay. Ich bin. Schild, Battery. Ist durch. Dealer. Dein zweiter Wachtest du Wingman, da kommt dein Team. Nicht ohne mein Team. Die gehen einfach alle aufs Team und haben mich gefehlt. Wir sehen uns doch. Wir sehen uns doch. Komm zurück, komm zurück Marcel. Marcel, Marcel komm zurück. Du bist da ganz blöd. Pass auf, jetzt musst du aufpassen. Alles bestickt. Schön. Wir lassen uns mit der Benauter ab. Eine noch Marcel. Eine noch Marcel. Schön. 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 Schönes Ding. Oh, das war die Killspieler. Der war ein Masterspieler. Ein Masterspieler mit 20kbf. Easy peasy. Mein Freund. Da wo du bist, da war ich auch mal. Da erkanntest du mir nichts. Aber ich block den Weg. Lauf, 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 lauf. Bin da, ich hab ein bisschen was. Alles gut, ich hab meine Ulti dahin gefeuert. Einer cracked, einer. Knocked, ist er knocked? Ne. Weiß es nicht. Ich bin da vor dir. Ich hab 1000 Schaden gemacht. Mach mal einen Klösterstack dein. Er ist gestarkt. Ja komm, lass die pushen man, die können nicht. Ist er cracked? Ah, links ist noch einer, links noch einer. Head Downs. Ah, scheiße. Ne, mach mal nicht. Ich seh es, ich seh es, ich seh es, ich seh es. Könnt ihr zu mir kommen, Jungs? Könnt ihr zu mir kommen? Könnt ihr zu mir, Zip? Ne, ja. Schaffst du's rein? In das Portal? Ich bin halt eingesogen, hier vom schwarzen Loch. Mach's bitte. Du bist alleine dabei. Kein Thema. Schön. Kommst du wieder zurück, oder? Hm, eigentlich nicht. Vor mir, überall, irgendwie Gegner. Feck. Knocked, knocked. Links, links, um links. Um links. Hab ihn. Naja, du. Jungs, wollt ihr alle kassieren? Jungs, ich klatsch euch alle, weil es gar kein Thema macht. Wie viel sind denn das? Zwei. Äh, knocked, Entschuldigung. Wieder beide rum, vollständig. Links, äh, rechts und links und... Hast du den einen Schuss gegen Locker? Die Revaner und Duty? Naja. Links kommen wir, ich hab grad gepusht. Ist nicht so gut. Und bei dir? Tot. Jungs, pusht uns doch mal. Mann, ey. Ist fast knocked, ist fast knocked. Komm mit. Das kann nicht wahr sein. Das ist doch nicht ihren Ernst, Alter. Wir haben die Zipline? Oh. Der ist sehr low. Der, die Wrave? Ja. Ja. Das war auch ne übelste Triad Wrave. Knocked. Das ist knocked, knocked. Links, links, irgendwo links. Andere Ziel. Ja, ja, ist Ziel. Crack, crack, crack. Your Horizon is cracked. Knocked, 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 knocked. Ich finish kurz die Wrave. Ich finish die Wrave. Knocked. Finished. Hat auch immer. Gegenrecht im Team hinter mir? Ja, wie erstmal vor mir, Bro. Ach, scheiß doch, scheiß doch. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Äh, was machen wir denn? Da oben sind welche. Komm her, komm her. Ja. Oh, yo. Alter, yo. Okay. Warte, 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 warte. Und gleich verhofft es in New Castle. Bastard. Ist noch. Ich würde jetzt mal selber auf Sneak, auf Sneak. Auf Sneak. Einfach auf Sneak. Einfach so. Ich mach das jetzt einfach. Ich zieh es einfach durch, Digga. Ich zieh es einfach durch. Ich mach das. Ich bin verrückt. Links, links, links. Links. Schönes Ding. Guter Call, guter Call. Zwei Teams, noch zwei Teams. Komm, komm. Hol dir. Nimm dir, mein Junge. Nimm. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Hat gut kassiert. 170. 170 hätte er bekommen. Oder 150. Ja, das ist 150 sein. Leider keine Zeit auf ihn. Ich hab ihm einfach nur gut gegeben. Da, 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 da. Gut gegeben, gut gegeben, gut gegeben. Ah, die schießt aber auch nicht zurück. Einlockt, einlockt, einlockt. Okay, okay, okay. Das könnten die letzten sein. Ui, 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 ui. Komm zurück, komm zurück, Master. Ich probiere mich nicht zu decken. Dich pusht keiner, dich pusht keiner, dich pusht keiner. Alles gut. Dich pusht keiner, mein Junge. Dich pusht keiner. Ja? Jajajaja, guter Call, guter Call. Hat gut kassiert, hat gut kassiert. Wirklich gut kassiert. Wird du safe? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Aber, oh mein Gott. Ja, Bro. Hier ist jetzt noch einer. Einen hab ich noch. Der wird doch gerade angriffen. Ja, ich weiß, komm, 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 komm. Na, ist die letzten, die wissen noch, dass wir hier sind. Ich bin sowas von stark. Ja, ist direkt vor mir, ist direkt vor mir. Hier ist der Pathfinder, oben. Warte, Gino, warte, 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 warte. Ich hab, ich hab Zeit auf dich, Gino. Heal dich, heal dich. Ich hab Zeit auf dich. Du bist oben drauf. Okay, okay, entspannt. Er ist hinter dir. Über dir, über dir, über dir. Hab ihn, hab ihn cracked, hab ihn cracked. Da, da, da. Mach'n Scammit, wenn du ihn nicht siehst. Hab ihn, wieder cracked, wieder cracked. Oh, der hat wieder, wieder bekommen. Oh. Ja, let's freaking go, Digga. Jungen, gegen die größten Schwitzer und Tryhards. Ich glaub's einfach nicht. Ja, jetzt weiß ich, wie viele Fußballer spielen, die sollen eine 88 Minute eingewechselt werden.